Wie man Hunde auf die BARF-Ernährung umstellen kann, ist das Thema dieses heutigen Podcast. Zunächst möchte ich kurz die Bedeutung des Begriffs BARF erklären. BARF ist eine Abkürzung und steht für biologisch artgerechtes rohes Futter. Wenn also umgangssprachlich vom sogenannten BARFen die Rede ist, ist die Fütterung des Hundes mit rohem Fleisch und Knochen plus Gemüse und Obst gemeint. Ich habe bereits in einigen Blogbeiträgen auf meiner Homepage www.hunde-heilen.info und in einigen Podcasts über die artgerechte Rohfütterung mit Fleisch als Hauptbestandteil einer Hundemahlzeit berichtet. Diese Blogbeiträge lauten Artgerechte Rohfütterung Ebenso habe ich in zwei Beiträgen unter der Rubrik Buchempfehlungen zwei meiner Ansicht nach sehr gute Bücher zum Thema vorgestellt. Einmal Natural Dog Food von Susanne Reinhardt und BARF von Swanee Simon. Doch zurück zum Thema, wie kann ich meinen Hund auf die Rohfütterung mit Fleisch umstellen. Das erste Mal habe ich im Jahr 2004 von der Ernährung eines Hundes mit rohem Fleisch und anderen Zutaten erfahren. Damals war meine Hündin Pranka etwa acht Monate alt. Pranka war eine Labrador-Hündin, die ganz einfach und unkompliziert von Trocken- bzw. Fertigfutter auf die Rohfütterung umgestellt werden konnte. Von einem Tag auf den anderen Tag, natürlich mit dem notwendigen Abstand von zwölf Stunden, den man unbedingt einhalten muss. Ein Hund verdaut das rohe Futter in einem anderen Zeitrahmen als die Trockennahrung. Diese Verdauungszeiten passen nicht zusammen. Deshalb sollte man dem Hund also immer entweder Rohfutter oder Trockenfutter geben und niemals beide Futtersorten zusammen verfüttern. Die wichtigste Regel, die beim Barfen zu beachten ist, ist also Roh- und Fertigfutter grundsätzlich immer getrennt zu verfüttern. Wenn ein Hund bisher Trockenfutter bzw. Fertigfutter bekommen hat und man ihn auf BARF umstellen möchte, sollte also ein zeitlicher Abstand von mindestens zwölf Stunden eingehalten werden. Dies ist beispielsweise möglich, wenn eine ganze Nacht oder ein ganzer Tag dazwischen liegt. Bei Pranka habe ich das zum Beispiel so umgesetzt, dass sie am Abend um 18 Uhr ihre letzte Ration Trockenfutter bekam und am nächsten Tag ab 6 Uhr in der Früh das Rohfutter. Sie hatte den Blättermagen vom Rind sofort angenommen und es sich schmecken lassen. Hunde sind jedoch sehr verschieden und wollen das Rohfutter vielleicht zunächst nicht annehmen. Dann gibt es einige Möglichkeiten, auf die ich an anderer Stelle noch näher eingehen werde. Ich hatte also Glück, die Rasse Labrador frisst für ihr Leben gern und eine sofortige Umstellung war bei Pranka problemlos und idealerweise von einer Mahlzeit zur anderen möglich. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, beispielsweise im Urlaub oder an heißen Sommertagen oder für den Fall, dass ich es versäumt hatte, rechtzeitig das Fleisch zu bestellen, bekam Pranka fortan immer hohes Fleisch, Knochen, Gemüse und Obst bis ins hohe Alter. Eine gute Alternative für die gerade eben erwähnten Ausnahmen waren Platinum, ein kaltgepresstes Trockenfutter mit hohem Fleischanteil oder ein getreidefreies Trockenfutterprodukt von der Firma Happy Dog. Unter Beachtung des Abstands von zwölf Stunden war das Umstellen bei Pranka von einem Tag auf den anderen kein Problem. Es empfiehlt sich allgemein, wenn man Hunde auf Barf umstellen möchte, zu Anfang für einige Tage oder eine ganze Woche nur Blättermagen vom Rind zu füttern. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann über eine Haaranalyse abklären lassen, ob beim Hund eventuell Unverträglichkeiten gegenüber einer bestimmten Fleischsorte vorliegen. Sollte ein Hund zum Beispiel eine Unverträglichkeit gegenüber Rindfleisch haben, kann man auch alternativ als erstes Huhn verfüttern. Für den erwachsenen Hund berechnet sich die Futtermenge mit 2% seines Körpergewichtes. Aber auch hier ist der Bedarf individuell und unter anderem auch abhängig von der körperlichen Belastung. Pranka war bei der Umstellung noch sehr jung, sie war etwa 8 bis 9 Monate alt und sie bekam in der ersten Woche zum Einstieg in die Rohfütterung 500 Gramm Blättermagen pro Tag. Diese 500 Gramm verteilte ich auf zwei Mahlzeiten, 250 Gramm morgens und 250 Gramm abends. Später bekam Pranka je nach Belastung und körperlicher Auslastung meistens 400 bis 500 Gramm Fleisch täglich. Als sie älter wurde, habe ich ihre Futtermenge reduziert und nur noch 300 Gramm Fleisch täglich gefüttert. Die Umstellungsmöglichkeiten können folgendermaßen gestaltet werden. Eine sofortige Umstellung, bei der man ohne großen Aufwand einfach damit beginnt, den Hund roh zu ernähren. Diese Vorgehensweise mit einer ganzen Nacht dazwischen, also genug zeitlichem Abstand, eignet sich vor allem auch für junge und gesunde Hunde. Und für Hunde, die keine Probleme mit dem Verdauungsapparat haben. Durch den langen zeitlichen Abstand hat der Hund vermutlich großen Hunger entwickelt, was förderlich sein kann dafür, dass er die neue Futtersorte problemlos annimmt. Die andere Möglichkeit wäre, eine langsame Umstellung. Die da wäre, dem Hund hin und wieder etwas Rohes zu geben, um ihn an den Geschmack zu gewöhnen. Oder dem Hund eine Mahlzeit Fertigfutter am Morgen und die zweite Mahlzeit am Abend als Rohfutter anzubieten. Wie gesagt, immer unter Beachtung des zeitlichen Abstands. Man könnte auch dem Hund zunächst vorgegartes Fleisch anbieten, um dann langsam auf rohes Fleisch umzustellen. In dem zweiten Teil zu dem Thema, der in Kürze erscheinen wird, möchte ich nochmals auf diese etwas langsameren Umstellungsmöglichkeiten näher eingehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017